Hey, da bin ich wieder, euer Hellrider. Lange ist es her, seit ich wieder was aufgenommen habe. Das hatte eigentlich nur mit Faulheit zu tun. Hmm. Gut. Hat der rote, ach, der hat rote Augen, ne? Fünf Richtungen. Äh, siamesische Zwillinge, sind die mir wichtig? Ich hab ja, oh, mehr Pilze und so wenig Platz. Ich sollte mal die Minispiele spielen. Oh, dich. Dich. Hm. Das wird ja immer hektischer hier mit dem Platz. Oh. Weiß ich, ich hab keinen Platz mehr. Aber dich und dich brauch ich auch noch. Okay, Kaktus. Hm. Du kannst weg. Kann noch irgendwas weg? Also dich? Äh. Och, Mann. Na gut. Mann, ich will nicht schon wieder irgendwie farben müssen. Das war ziemlich nervig. Okay. Puffpilze. Sonnenpilze. Vor allem Sonnenpilze. Das hört sich so abnormal an. Wenn die hier nur nachts dürfen. Whatever. Gleich. Boah, okay, weiter. Hm. Wenn ich jetzt wüsste, wo du kommst. Boah, das wäre sehr hilfreich. Oh, ich hab gerade gegessen. Du kommst bestimmt ganz unten, stimmt's? Ja. Mann, immer zu den Stellen, wo ich als letztes lege. Oh. Darauf hätte ich auch kommen sollen. Sonnenpilz zu braun. Oh Gott. Was hab ich denn gerade für einen Frosch in den Hals geritten? Ich hätte dich eigentlich machen. Ich rede mit meinem Spiel. Oh Gott, das war ein langes Level. Du kommst oben. Hab ich gut gegessen. Ich bin glücklich. Sonst sollen die Puffpilze kommen. Äh. Was rede ich da? Ich paff, paff, was? Ja. Hm. Opferpilz. Ich sehe es nicht mehr. War das jetzt? Ja, das war sogar. Wow, Alter. Wow. Das ist wow. Hier. Sag mal, bist du vielleicht ein besserer Zombie? Das wäre ja nicht so himmlisch. Oder? Nein, das wär's nicht. Nein. Ach. Nein. Hutzombien. Hutzombien. Na, Hut. Ich hasse Hutzombies. Die halten so viel Scheiße viel aus. Nein. Noch nicht. Was macht das eigentlich? Ich will dich jetzt bauen. Ich will dich jetzt machen. Also kann ich... Wow. Also cool. So, das war... Genial. Ich mag den. Ich glaub, den baue ich... Da baue ich ne Reihe voll. Ja. Genau das mach ich. Gut. Äh, nein. Nö. Ah, gut. Kopf ab. Ich mag den. Ja, der ist gut. Da braue ich ne Reihe von voll. Und dann... Ja. Der ist perfekt. Kann ich jetzt... Oh, ja. Natürlich. Warum auch nicht? Ja. Lass mal weg. Den letzten Kack. Jetzt hab ich wenigstens einen Überblick. Und was jetzt in eine Welle kommt, kommt jetzt ein bisschen... ungünstig? Na, drauf gescheißt. Okay. Sternfrucht, Sternfrucht. Ich will dich haben. Ich will dich. Ich will dich. Jetzt, jetzt... Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja. Das sieht bis jetzt sehr schön aus, würde ich mal... Willig hoffen. Ich bin nur froh, dass keine Delfine kommen. Wozu... Wozu hab ich jetzt ein Kaktus gebaut? Da kommen doch keine Fliegefiecher, hab ich gesehen. Warum dich? Nein. Dich nicht. Ich warte, bis ich... Eine Sternenfrucht... Eine neue... Baue ich mal hier hin. So für die Mitte. Er hat ein komisches Gesicht und hat da... so einen Zahn. Erinnert mich ein bisschen an Patrick. Ich habe eine Delfine gekocht. Anscheinend. Geld. Nicht so wenig hab ich. Das ist gar nicht mal so wenig. Gut, das sollte reichen. Das lasse ich... Hm, 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 hm. Okay, lass gut sein. Wo kommst du denn? Da. Hoffentlich... Ah, der ist hingefallen. Naja, warum eigentlich Pflanzen? Pflanzen gegen Zombies ist an sich eigentlich ein... krankes Spiel. Wenn man bedenkt, dass Pflanzen gegen Zombies kämpfen. Aber es macht Spaß. Ich mag keine Eimer. Nein! Mal schwindel! Ach, gleich kommt doch noch die letzte Welle. Hm, hm, hm. Pam, 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 pam. Ach, ich liebe diese Musik. Die lade ich mir runter, dann ist das meine... Main Theme. Komm, weil es das schön war. Oh, oh, du stirbst. Du bist genau auf meinen Pilz gefallen. Du Umweltverschmutzer hast alles liegen lassen. Scheiße, jetzt hab ich... Geld. Ach, jetzt kommt erst die letzte Welle. Oh, Gott. Nix. Ich hab viel zu gut gegessen. Jetzt hab ich einen Schluck auf. Hm, hm. Komm, komm wieder her. Nein. Das ist gemein. Jetzt macht er sich von hinten auf. Komm, Sternbruch. Sternbruch. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Warum hab ich die sehr bis zum Zwillinge nicht genommen? Hey, komm, du hältst aber wenig aus. Das muss ich dir lassen. Wow. Ähm. Ja, bitte. Bitte. Friss. Ihn. Nicht. ein Kürbis. Na gut. Ist Halloween oder warum ist er ausgefüllt? Hat man dir sein Gehirn weggeschlägt? Protects Plants. Äh, sehr. Witten is, äh, its shell. Also, ein Schutzschild. Ja. Ja, könnte wichtig sein. La, 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 la. Puh, 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 puh. Hehe. Oh, Mann. Ich würd sagen... Wir machen mal... Die hier weiter. Scheiße. Okay. Erstmal die sicheren... Hinterste Verteidigung. Gut. Du bist sicher? Wieso? Okay, dich baue ich dann mal hier hin, ne? Ja, du bist falsch rum. Du sehr miesischer Zwilling, du. Gut. Wow, das sieht irgendwie stylisch aus. Oh, oh. Danke, was... Wow, sogar zwei. Gut, dann kann ich ja... Och, nö. Mann. Was sind das für Dinger, die will ich behalten? Oh Gott, die Tür ist aufgegangen. Scheiß Wind. Ach, ich wusste, was du es aushältst. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gut, hab ich hier schon vorne schon meine Watt. Wie das aussieht. Oh, ist das... Ist das fies. Also, ich mag die... Äh, Waffe. Oh, alter, alter. Alter. Wo komm... Es wird eigentlich nirgendwo gefährlich. Nur hier. Gut, trau ich dich hier hin. Dich. Dich. Danke. Ja, hier proben brauche ich jetzt gar nichts mehr. Da kommt ja nichts mehr. Aber wie viel... Okay, einfach öffnen. Komm. Mmh. Mmh.